52, eine Stute, wo wir uns im Team um ein bisschen gestritten haben. Die Stritten in dem Sinne, zukunftsweis heißt für mich auch mit Modernität und da, wo die Dinge hingehen sollen. Und diese Lawine hier hat durchaus bezüglich des starken Fundaments, des Rahmens, des Kalibers ihre Vorzüge, lässt aber doch bezüglich Charme und Geschlechtstyp bei dem tiefen Halsansatz und auch der sehr weichen Oberlinie einiges vermissen. In der Bewegung, leider, so häufig wird es auch in der Halle nachher, konnte es nicht besser zeigen, die Decke müssen rutschlaufen. Dankeschön für die Vorstellung der Lawine an Herrn Reitold und Frau Isabel. Vielen Dank.